herzlich willkommen meine lieben zum heutigen live satzung mit dem thema verbrenne die eine ursache aller ängste es gibt eine gewaltige kraft volle energie in diesem lebensspiel und ich glaube diese energie kennen wir alle es ist die energie der angst der mensch hat angst vor der dunkelheit angst vor dem schmerz angst vor enttäuschung angst vor versagen angst vor den meinen meinungen der anderen angst vor dem tod angst vor dem leben und angst vor der angst es scheint fast so zu sein als dass diese gewaltige energie zum menschen dazugehört wir können heute zum mond fliegen wir können am offenen herzen operieren und wir treiben die künstliche intelligenz vorwärts aber irgendwie verstehen wir nicht wie wir mit dem thema angst umgehen sollen wir versuchen die angst zu vermeiden wir versuchen die angst zu überwinden wir versuchen vor der angst zu flüchten wir versuchen uns vor der angst abzulenken aber wenn wir ganz genau hinschauen sehen wir diese strategie diese praktik führt in wirklichkeit nur ins verderben führt in wirklichkeit nur noch mehr in eine ausweglosigkeit sobald unser geist bereit ist sich der angst zuzuwenden sobald unser bewusstsein reif dafür ist sich der angst zu öffnen und tief in die angst hinein zu gehen sehen wir der flucht versuch vor unserem eigenen schatten war in wirklichkeit unnötig denn wenn wir tief in unsere ängste eindringen wenn wir der angst ins gesicht schauen wenn wir die angst objektiv anschauen ohne ein ziel zu verfolgen ohne zu wollen dass sich die angst auflöst das ist das alles entscheidende wenn wir einfach nur mit liebenden augen unserer uns unserer angst begegnen sehen wir dass die angst aus luft besteht dass die angst aus nichts besteht vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt hat die angst haben unsere ängste unterschiedlichste wurzeln unterschiedlichste ursachen kategorien und wir können unsere ängste in wie gesagt in versagens ängste einteilen in in ängste vom sterben in ängste von schmerzen wie auch immer wir können unendliche formen kategorien der angst die angst einteilen in unterschiedlichste kategorien und wir glauben wahrscheinlich dass die kategorien unterschiedlichste ursachen haben dass unsere ängste unterschiedlichsten quellen entspringen und und so machen wir uns auf den weg und wollen diese eine angst verstehen und diese eine angst behandeln dann kommt eine andere angst form und dann wollen wir diese angst wieder verstehen und wieder diese angst behandeln wenn wir aber tief reinschauen in die angst wenn wir tief reinschauen in unsere unendlichen ängste kommen wir zu einem zentrum kommen wir zu einer einzigen quelle und wir sehen die unendlichen äste unserer ängste haben eine gemeinsame wurzel und wenn wir diese wurzel verstehen dann verstehen wir alle anderen äste auch die normale herangehensweise ist dass wir versuchen den ast zu behandeln den ast zu verändern den ast zu verstehen meine empfehlung ist meine lieben gehen wir durch unsere äste durch und dringen wir bis zur wurzel vor und wenn wir die wurzel erkennen wenn wir die wurzel verstehen wenn wir die wurzel fassen können dann ist es vorbei mit der angst dann ist es vorbei wenn wir tief in unsere äste eindringen in unsere ängste eindringen und zur wurzel vorstoßen sehen wir es gibt eine quelle und die quelle lautet Trennung solange wir das Leben die Einheit mit unserem unbewussten Verstand in Trennung einteilen in etwas fragmentarisches einteilen wenn wir aus der Einheit Fragmente machen dann kreieren wir Angst denn das unbewusste Denken kreiert die Illusion dass wir eine gespaltene getrennte Entität sind namens ich und solange wir uns vom Leben trennen ist es unumgänglich dass wir Ängste haben das heißt die eine Wurzel an all unseren Ängsten ist das unbewusste Denken das psychologische unbewusste Denken denn das psychologische unbewusste Denken trennt die Einheit trennt das Leben in eine Zweiheit wir trennen das Leben in ein Leben und in ein Sterben in ein Leben und in einen Tod und solange wir das Leben trennen in etwas Lebendiges und in etwas Totes kreieren wir Angst denn wir haben Angst vor dem Tod wir haben Angst vor dem Sterben wir haben Angst ausgelöscht zu werden das ist die Urangst aller Ängste und wenn wir da reingehen wenn wir mit unserer Aufmerksamkeit mit unserer Liebe mit unserem Herzen mit unserer Leidenschaft mit unserer Offenheit mit unserer Weisheit in das Gefühl der Angst hineingehen hineingehen hineinschauen wenn wir uns in den Tunnel der Angst reinbegeben erst dann erwartet uns am Ende des Tunnels das Licht alle anderen Strategien und was es hier alles am Markt gibt wie wir mit Ängsten umzugehen haben ist in Wirklichkeit das Vermeiden durch den Tunnel zu gehen aber ich erfahre das Licht der Einheit dadurch nicht es ist wie eine Geburt die Geburt und der Tod hier führt zwei Tunnel durch und erst wenn ich in den Tunnel reingehe komme ich ins Leben und wenn ich auch aus dem Tunnel hinaus komme ich dann sozusagen auch in das ewige Leben meine Lieben das Ich hat Angst das Ich hat Angst vor der Angst weil das Ich atmen möchte das Ich möchte Freiheit haben und solange das Ich vorhanden ist solange das unbewusste Denken vorhanden ist gibt es keinen Raum gibt es keinen Raum zu atmen solange wir uns als Person als Individuum als getrennter Mensch erfahren haben wir keinen Raum zum Atmen wir sind Gefangener von unseren Gedanken von unseren Gefühlen von unseren Empfindungen von unserer Umwelt wir haben keinen Raum zu atmen und deswegen kann das Ich dem Gefühl nicht in die Augen sehen denn das Gefühl wird größer und das Ich verliert an Raum und genau diese Hingabe genau diese Hingabe an das Gefühl selbst an die Angst selbst lässt die Angst größer werden und lässt das Ich in der Angst verschwinden dann bleibt nur mehr Angst über und dann löst sich die Angst auf und es werde Licht nicht es geschieht das Erwachen und das Sehen wer wir tatsächlich sind solange wir unsere Ängste überwinden wollen sind wir Gefangene unserer Angst Angst solange wir vor unserer Angst flüchten wollen sind wir Gefangene von unserer Angst wenn wir uns unserer Angst hingeben wenn wir da sind geistig da sind einfach geistig zentriert bleiben und keinen Millimeter geistig abrücken sehen wir die Angst besteht aus purem Frieden die Angst besteht aus dem Nichts die Angst ist komprimiertes Sein und das Licht vor unseren Augen öffnet sich und dann brechen alle anderen Ängste wie ein Kartenhaus in sich zusammen und ich lade euch jetzt ein mein Lieben wer möchte jeder von uns hat irgendwo ein Thema wo Angst da ist und wenn ihr wollt gehen wir gemeinsam jetzt in diese Übung denkt denkt an eine Situation an einen Umstand an einen Menschen an eine Situation was auch immer die euch Angst bereitet wo ihr selbst nicht gerne hinseht und fühlt euch kurz in diese Situation in diese in dieses Bild hinein und lasst die Angst hochsteigen lasst die Angst hochkommen und habt den Mut diese Angst willkommen zu heißen schaut euch diese göttliche kraftvolle Energie an und geht mit eurer ganzen Liebe mit eurer ganzen Offenheit in dieses Gefühl hinein lasst euch tief tief berühren von dieser Energie wenn ihr versucht zu flüchten kommt wieder zurück versucht einfach ganz entspannt bewusst weiterzuatmen und bleibt mit dieser Angst verbunden bleibt connected sie tut euch nichts ganz im Gegenteil ganz im Gegenteil bleibt in dieser Energie objektiv ohne ohne eine Geschichte ohne diese Energie verändern zu wollen dringt einfach tief in diese Energie hinein wenn Tränen kommen wunderbar wenn Lachen kommt wunderbar wenn Nervösität kommt wunderbar wenn Widerstand kommt auch der darf da sein lasst alles da sein und bleibt connected mit dieser Energie dringen wir zu der Wurzel vor dringen wir zu der Wurzel vor dass jede Form von Angst nur eine Ursache hat unsere Unbewusstheit denn Unbewusstheit bedeutet Trennung gehen wir durch den Tunnel durch atmen wir natürlich ein und aus und gehen wir gemeinsam durch den Tunnel durch in der Angst wartet die Liebe auf uns in der Angst wartet der Frieden auf uns in der Angst wartet die Einheit auf uns in der Angst wartet die Freiheit auf uns bleiben wir hier bleiben wir geistig hier und verschmelzen wir mit der Angst übrig bleibt das Nichts übrig bleibt das Sein die Angst fällt in sich zusammen wie ein Luftballon dem die Luft ausgeht schauen wir einfach der Angst zu hören wir auf eine Strategie zu finden hören wir auf mit uns mit irgendetwas abzulenken warum warum sind wir nicht offen für das Natürlichste was da ist warum öffnen wir uns nicht für das was ist das Leben braucht keine Strategie Erwache braucht keine Strategie Erwache braucht keine Methode Erwache braucht gar nichts Erwache ist das Leben das Leben braucht gar nichts das Leben ist jetzt hier genauso wie es ist connecten wir uns mit dem was ist was passiert meine Lieben wenn wir uns für unsere Ängste öffnen und sie einfach da sein lassen was geschieht wenn wir zur Wurzel vordringen durch die Angst durchgehen müssen wir dann wirklich noch die verschiedensten Äste behandeln müssen wir wirklich noch die verschiedensten Äste abschneiden oder reicht es einfach zur Wurzel vorzudringen und den ganzen Baum auszuhebeln was nehmt ihr wahr mein Lieben was nehmt ihr wahr wenn ihr den Mut habt euch von der Angst tief berührt berühren zu lassen Lukas schreibt der Abstandhalter verbrennt genau das Ego das ich verbrennt der Widerstand verbrennt und plötzlich merken wir in dieser Position in diesem Zustand haben wir plötzlich von nichts und niemandem mehr Angst ist weil wir zur Wurzel vorgedrungen sind wir brauchen die einzelnen Themen nicht mehr bearbeiten wir brauchen die einzelnen Themen nicht mehr therapieren indem wir zur Wurzel vorstoßen indem wir durch den Tunnel durchgehen durch die Angst durchgehen verstehen wir auch warum die Angst da ist es ist die Analyse hier auch enthalten es ist die Therapie und die Analyse im Gefühl enthalten mein Lieben habt ihr das erfahren können solange ihr vor der Angst flüchtet sorgt es an Lebensenergie sorgt es an Lebenskraft ist es erschöpfend wenn ihr euch der Angst stellt wenn ihr in die Angst hineingeht wird es kurz turbulent wird es kurz energetisch und dann ist es so wie Urzel schreibt frei und leicht wir verbrennen unsere Ängste indem wir das Licht unserer Achtsamkeit auf die Ängste richten dann verschwindet jedes Trauma dann verschwindet jede Depression dann verschwindet jede Schwere und jede Last unserer Vergangenheit das Leben braucht das Leben braucht keine Methode das Leben braucht uns uns als das offene Bewusstsein das ist alles die Ängste gehören zum Menschsein dazu weil Menschsein bedeutet ich fühle mich als ich wir sind aber kein ich und wir sind in Wirklichkeit auch kein Mensch wir sind ewiges unendliches angstfreies Bewusstsein das sich mit Hilfe einer Menschenform spielt daher sind Ängste in Wirklichkeit unnatürlich weil das was wir wirklich sind keine Angst haben kann denn Einheit kann keine Angst besitzen und wenn wir uns als das Bewusstsein in das unbewusste Denken uns verlieren dann glauben wir dieser Mensch hier zu sein wir glauben eine separate Entität zu sein und dann glauben wir dass Ängste zum Leben dazugehören und wenn wir uns dafür öffnen für die Angst öffnen gehen wir den Schritt wieder zurück in das was wir tatsächlich sind solange wir vor der Angst flüchten und mit der Angst kämpfen und die Angst nicht objektiv anschauen können bleiben wir in der Illusion gefangen ein getrenntes ich zu sein genau wie Gisela schreibt es ist die Hingabe an das Leben darin verliert verliert sich das Ich genau es ist die Öffnung es ist die Hingabe für das was ist das bedeutet das zurückkehren von der Zweiheit in die Einheit ok meine Lieben wenn wenn ihr hier tiefere Begleitung von mir haben wollt am 18.04. beginnt mein Retreat Befreiung in diesem Moment hier geht es natürlich wieder darum wie kommen wir aus der Illusion heraus ein getrenntes Ich zu sein in die lebensveränderte Erfahrung hinein dass wir unsterbliches zeitloses friedliches Bewusstsein sind es wird wieder Satzens geben es wird gezielte Beantwortung Beantwortung eurer Fragen geben Meditationen und auch natürlich viel Stille wenn ihr gerne dabei sein wollt den Link findet ihr hier auf der Homepage oder dann unter meinem Video gut meine Lieben was habt ihr erfahren was habt ihr erfahren wenn ihr mit euren Ängsten nicht mehr gekämpft habt was habt ihr erfahren wenn ihr eure Ängste einfach nur angeschaut habt Stille schreibt Gieser Freude Mitgefühl Wunderschön Wunderschön jetzt frage ich euch meine Lieben Ist hier wirklich eine Methode notwendig? Ist hier wirklich irgendetwas notwendig? Außer sich dafür zu öffnen und plötzlich schreibt ihr keine Angst tiefes Sein Freude, Freiheit, Erleichterung Mitgefühl all das erscheint einfach weil ihr aufgehört habt dagegen anzukämpfen weil ihr aufgehört habt weil ihr aufgehört habt einen Konflikt aus dem zu machen was ist ihr seid zumindest jetzt einmal für temporäre Zeit kurz aus der Trennung draußen weil sonst wäre es gar nicht möglich dass ihr Freiheit Erleichterung Freude Mitgefühl fühlt Ihr seid zumindest für kurze Zeit rausgegangen aus der Trennung in die Einheit das ist bereits ein erwaches Moment Ok Ruhe weiter Gedankenstille Wir brauchen nichts anderes wir sind unser eigener Heiler wir sind unser eigener Guru wir sind unser eigener Therapeut alles andere ist auch wunderbar aber warum sollen wir das nicht selbst in die Hand nehmen warum sollen wir die Verantwortung nicht selbst in die Hand nehmen niemand kann uns mehr beibringen als wir uns selbst wenn wir einfach sein können mit dem was ist und kein Schleier mehr über den Dingen schreibt Lukas ganz genau wir bekommen die klare Sicht wir bekommen das klare Sehen für das Leben wir sehen das Leben wir sehen zum ersten Mal die Wirklichkeit wir sehen die Energie was das alles ist wir sehen das Leben zum ersten Mal ohne eine Vorstellung ohne eines Konzepts ohne eine Idee ohne dem Schleier des ständigen unbewussten Denkens einfach nur weil wir bereit sind bewusst hinzusehen einfach weil wir bereit sind bewusst in den gegenwärtigen Moment reinzuschauen rein zu hören rein zu riechen rein zu schmecken rein zu fühlen das ist alles meine Lieben das ist alles das ist alles das bringt uns Schritt für Schritt immer mehr in unsere wahre Natur zurück in das Erkennen wer wir in Wirklichkeit immer schon wahrnehmer sein werden wir erheben uns im wahrsten Sinne des Wortes wir gehen über unsere Gedanken hinaus über unsere Gefühle hinaus über unsere Empfindungen hinaus über unsere Persönlichkeit hinaus über unsere Umstände hinaus über unsere Vergangenheit hinaus über unsere Zukunft hinaus über die Zeit hinaus über den Raum hinaus über das Universum hinaus wir gehen über das Leben hinaus wir kommen zurück in die Erkenntnis dass wir die Unendlichkeit sind dass wir die Unsterblichkeit sind einfach nur weil wir das da vorne gedanklich in Ruhe lassen wo Liebe ist ist Raum wo Enge ist ist Leid wo Liebe ist ist Einheit wo Trennung ist ist Unfrieden und unsere Unbewusstheit kreiert Trennung unsere Unbewusstheit kreiert Leid unsere Unbewusstheit kreiert Angst Sorgen und Kummer und unsere Bewusstheit transzendiert all das 180 Grad und alles öffnet sich alles öffnet sich auf magische Art und Weise wie von Gottes Hand dreht sich unser Blick unsere Perspektive unsere Position wenn wir einfach bewusst hier sind was ist daran falsch was jetzt ist mein Leben was ist jetzt daran falsch dass wie bei Jenny Unruhe und Getriebenheit erscheint was ist daran falsch Jenny was ist daran falsch wenn das einfach da sein lässt schau es dir an schau es dir objektiv klar rein an ohne ein Problem draus zu machen was bleibt von unserer Unruhe über wenn wir einfach hinschauen wenn wir einfach wahrnehmen Unruhe ist da ja mach doch nichts dann ist eben Unruhe da es ist nur eine andere Ausdrucksform des Seins was ist an der Unruhe falsch was ist daran falsch wenn wir es einfach da sein lassen was ist daran falsch wenn wir es einfach da sein lassen solange solange wir gegen die Unruhe ankämpfen steigert sich die Unruhe wir füttern die Unruhe wir nähern die Unruhe wir nehmen die Unruhe wahr sie ist eine vibrierende Kraft eine vibrierende Energie wunderbar wir lassen sie einfach in unserem Erfahrungsraum da sein richten entweder bewusst unseren Fokus unsere Aufmerksamkeit auf die Unruhe wie sie pulsiert wie sie vibriert wie sie sich bewegt wie sie sich verändert oder wir sagen wir haben keinen Bock wir haben keine Zeit aber wir lassen die Unruhe einfach da sein wir lassen sie einfach da sein wir lassen es einfach da sein was hier drinnen stattfindet was geschieht dann was geschieht mit den Wellen die einfach nur wellen wellen sich die Wellen nicht aus wellen sich die Wellen auf natürliche Art und Weise nicht aus wenn wir nicht eingreifen wir schauen einfach zu wie die Wellen kommen und wir schauen zu wie sich die Wellen auf natürliche Art und Weise wieder sozusagen entwellen auswellen solange wir gegen die Wellen ankämpfen sind wir chancenlos wir kreieren eine Welle nach der andere dadurch eine Welle wird größer als die andere und dann erfahren wir so viel Leid so viel Angst so viel Sorgen dass wir eines Tages sagen wir können nicht mehr wir können wirklich nicht mehr wir geben auf wir geben auf wir resignieren wir kapitulieren vor den Wellen des Lebens und diese Kapitulation sagt das Ich ist sozusagen etwas Negatives und in Wirklichkeit ist diese Kapitulation ein Gottesgeschenk denn diese Kapitulation vor dem was ist bedeutet reine Hingabe reine Verschmelzung mit den Wellen und der Kampf hört auf der Konflikt hört auf die Erschöpfung hört auf und die Auferstehung beginnt Jesus das Kreuzzeichen und die Auferstehung ist eine Symbolik für die radikale hundertprozentige Hingabe und durch die hundertprozentige Hingabe geschieht die Auferstehung geschieht das Erwachen das ist die Symbolik hinter dem Kreuz Lass auch den den nicht Mut zu haben da sein Angelika auch das ist wunderbar sei dir bewusst dass du nicht den Mut hast alles da sein zu lassen schau dir das einfach nur an schau dir das einfach nur an geh nicht in einen Kampf geh nicht in einen Konflikt versuche es gar nicht zu verstehen schau es dir nur an ja Monja schau weiterhin schau weiterhin auf dieses spitzekantige Gefühl schau einfach hin und ich wiederhole es noch einmal das Wichtigste ein ganz wichtiger Schlüssel in diesem Prozess ist wir schauen uns die Gefühle nicht an um sie weg haben zu wollen wir sind ehrlich zu unseren Gefühlen wir schauen uns die Gefühle aus einer liebevollen Position an als würden wir etwas anschauen was wir zutiefst lieben wir schauen die Gefühle objektiv an wir schauen nicht die Gefühle an ich schau dich an und in drei Minuten musst du gehen das ist keine Ehrlichkeit so funktioniert es nicht es funktioniert auch so aber nicht wirklich gut immer wieder erfahre ich von den Menschen ich begleite Andreas ich mache es jetzt schon so lange und es funktioniert nicht oder mit dir funktioniert es besser höre ich immer wieder Andreas mit dir funktioniert es besser mit mir funktioniert es überhaupt nicht besser der einzige Unterschied ist der dass ich die Menschen einfach darauf hinweise sei ehrlich zu deinen Gefühlen geh objektiv rein du möchtest sie nicht verändern geh mit dem Fokus rein mit der Aufmerksamkeit rein dass du einfach voller Interesse in das Gefühl hineingehst und es muss dir egal sein ob das Gefühl da bleibt oder nicht und wenn diese Haltung geschieht dann löst sich das Gefühl auf aber wenn ich in meine Angst reinschaue und sage zwei Minuten gebe ich dir zwei Minuten gebe ich dir und dann musst du weg sein dann zeigt mir die Angst dass sie die stärkere ist also meine Lieben ganz wichtig wir gehen nicht mit dem Fokus hinein primär dass die Gefühle weggehen wir gehen rein weil wir die Gefühle verstehen wollen wir wollen das Leben verstehen wir wollen uns mit den Gefühlen verbinden wir wollen uns mit dem Leben verbinden und dann dann bekommen wir als Nebenprodukt als Geschenk dass sich die Gefühle auflösen das ist ganz entscheidend in diesem Prozess deswegen reine Beobachtung reines Sehen neutrales Wahrnehmen bewusstes Wahrnehmen ohne ein Ziel zu verfolgen einfach nur den Ruf dem Ruf zu folgen wieder nach Hause zu kommen dem Ruf zu folgen sich wieder als Leben selbst zu verbinden und zu erkennen sonst merken wir sofort der Prozess hakt der Prozess geht langsam vorwärts manchmal geht es besser manchmal weniger gut wir merken aber wir spüren es wir spüren es ja selber ob wir ehrlich in unsere Gefühle hineinschauen das Gefühl ehrlich fühlen oder mit einem Ziel mit einem Wunsch mit einer Absicht und die bewusste Wahrnehmung hat keine Absicht die reine Beobachtung hat keine Absicht denn das Leben denn das Leben braucht keine Absicht das Leben ist in jedem Moment perfekt wie es ist nur das Ego hat eine Absicht in Wirklichkeit nur das Ich hat eine Absicht bei Schmerzen Manuela musst du ausprobieren manchmal ist es gut wenn du in den Schmerz hineingehst dann siehst du auch der Schmerz besteht aus dem Sein aus dem Nichts und manchmal kann es sein dass du den Schmerz den körperlichen Schmerz dadurch auch eine Zeitlang vergrößerst musst du ausprobieren aber trotzdem auch der Schmerz besteht aus purem Frieden selbst wenn sich der Schmerz einmal ganz kurz aufbläht okay meine Lieben ich wiederhole es immer wieder der Weg raus aus dem Schmerz führt zuerst mal über den Weg rein in den Schmerz alles andere ist ein ein vertagen alles andere ist ich will nicht sagen Zeitverschwendung aber es ist ein vertagen es ist ein vertagen dass wir das Urproblem auflösen und das Urproblem bedeutet wir fühlen uns vom Leben getrennt und worauf wollen wir warten mein Lieben wir haben schon unendliche Leben davor gelebt um das hier jetzt gemeinsam zu erforschen gemeinsam zu erfahren worauf wollen wir warten all diejenigen die hier da sind als das Bewusstsein ihr seid reif dafür weil sonst werdet ihr nicht hier ihr werdet sonst nicht hier für diese Wahrheit für diesen einen Schritt für diesen einen Schritt bewusst sein zu können mit dem was ist und alles fällt weg alles alle alle Strategien alle Methoden alle Therapien alles könnte knicken es ist der eine Schritt zurück zu sich selbst notwendig er ändert indem wir einfach sind mit dem was ist indem wir einfach sind mit dem was ist Vielen Dank. Vielen Dank. Was ist, ist, Punkt. Und das ist Gott. Das ist das Leben. Das sind wir. Vielen Dank. Meine Lieben, ich lade euch herzlich ein. Am Montag ist um 19.30 Uhr ein stiller Abend. Wenn ihr Lust und Laune habt, ich freue mich sehr, wenn ihr dabei seid. Und wie gesagt, am Dienstag startet dann das Retreat Befreiung in diesem Moment. Ich freue mich auf euch, egal wo ich euch begrüßen darf. Vielen Dank, alles Liebe und ich wünsche euch einen schönen Abend.